Servus Leute, hier ist der Kevin und ich mach heute ein Dual Commentary mit dem Basti Hey Leute, ich bin neu bei den FFM Gamern und freu mich dabei zu sein Ja genau, und wir spielen heute mal AVA Und ja, ich erstell mir mal einen Charakter Ich hab das Spiel noch nie gespielt Und ja, mal schauen Ich hab's einmal angezockt, aber öfters auch nicht Okay, welcher Jesus soll man denn sein? Und dann haben wir den Great Aha, okay Ähm... Was ist los? So, okay, äh... Haben wir abdreht, ja klar Ähm... Was will denn denn? Okay Cancel, okay Ähm... Ähm... Du brauchst aber lange, Kevin Ja, ich muss mal kurz die Grafik einstellen Warte mal Ach, das geht lang Ja, das geht lang Jo, das geht nicht bei mir auch nicht Es ist schon auf Höste Okay, äh... Dann gehen wir jetzt mal in Beginn Ja... Wo bist denn du? Welchen Channel? Ich bin noch auf dem Channel und rate, in welchem Room wir joinen Dann gehen wir mal diesen Level 1, 5 Channel, 20% Bonus da rein Alles klar Alles klar Okay Ähm... Inventary Ja, ja, alles klar Also was zum Shop Der Shop ist voll Es gibt... Ihr habt am Anfang viel Geld Ihr habt also genug, um euch ne Waffe zu kaufen Eine vernünftige natürlich Es gibt drei Klassen Den Pointman Rifleman Und Sniper Ich bevorzuge den Pointman Ich find den lustig Ja Okay Und ich will einfach mal drauf los Und dann jetzt mal joinen wir rein, ne? Ja Oder wie geht das? Joinen wir rein Ähm... Wie heißt denn du? Am besten du sagst mir wie du heißt Das ist dann FFM Gamer 09 Alles klar Held ich dich eben mal Jetzt kommt's Basti Stink Basti Stink Das fand ich jetzt nicht nett Du mir allein Ähm... Wow, ich find's lustig, weil ich grad nicht finde, wo man hier Die Leute In die Freunde einlädt Das ist natürlich schlecht Aber du sagst einfach in welchem Room Dann komm ich hinterher Ja, in diesem Level 1 bis 15 Ja, da bin ich ja drin, aber... Ja, da bin ich ja drin, aber... Join und anstarten immer Okay Aber den Room brauch ich doch Ja, der erste 26 Ja, der erste 26 Ja, der 62 Ja, der 62 ... ... Oder da machen wir einfach mal einen Raum auf Ja Ja, genau das Ich sagte gleich fast alles Wie ich sehe, gibt es fünf Mords es m ja wo ja ich komme raus Ja, äh, schon schätzen der Leid, ja, warte. 127. Das ist du? Leute, es tut mir leid, aber... Komm mal hoch zu meinem Team. Oder wir fahren einfach ohne andere Leute an, einfach auf Spaß, um zu zeigen. Für mich muss jetzt mal ganz kurz, auch wenn mit der Aufnahme, äh, sind gleich wieder da. 2, 2, nicht. Ah, jetzt ist so. So, leider, da sind da wieder. Hey. Okay, dann... ...würde ich mal sagen, dass wir anfangen. Oh, du Scheiß rein. Ah, das mit der Grafik ist ja scheiße. Ich glaube, das ist ein Vollbildmodus. Nein, bei mir nicht. Nein, bei mir nicht. Nein. Das ist natürlich schlecht. Ja. Bei mir ist es ein Vollbildmodus. Ich liebe es, wenn es so lange lädt. Es ist echt lustig. Also, ich habe mich geboren, es ist extrem zu spüren. Was ist das für total? Was ist das für total? Dann bin ich gewünscht. Da bin ich... Ja, du bist nicht mehr. Da bin ich denn das für total? Mir geht mal. Du bist das für heute. Oh, da bin ich jetzt. Wenn ich bin, das für heute, er muss es sein ich soll es sagen du magst die entdeckten auch Pekka Heiner Mietmannsleiter kann man ja auch ein und abwarten freie Zeit aus auch Mann eine Monie bis zu auch und die Stimme ich kann ich bin warum wenn ich die Abschieße kriegen wie so eine Sirene über den Kopf soll das ein Spiel macht auf jeden ein bisschen Übung so gut wie der Penis Juni nein und ein Non-Scope aber er kann ich bloody Scree so real ein mit einem Sniper das ist natürlich wie immer schön und Non-Scope und den Nächsten leider nicht ja ja was machen wir mal F2 was ist das schau mal oben rechts schau mal oben rechts mir macht das Sniper Spaß irgendwie es ist leicht zu snipen es ist keine One-Hit-Sniper aber die kann man sich besorgen mit dem vorhandenen Budget ich bin 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 cool aus ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.